Musik Sie werden so wie voriges Jahr wahrscheinlich sein. Keine Änderung, nur hin und her, viele Fans und ja, so wie so ein Zickenkrieg. Eigentlich erwarte ich mir was Besseres als im letzten Jahr, also die alte Regierung. Dass da endlich einmal gearbeitet wird, dann dass untereinander nicht so Sticheleien aufkommen und so weiter. Und dass vielleicht auch unter Umständen eine Opposition, die ja eh immer die Schnauze offen hat, wie man so schön sagt, dass die endlich einmal konstruktive Vorschläge bringen und auch mitarbeiten. Zutrauen tue ich ihnen schon ein bisschen, aber ja, wirklich fehlen nicht. Wir sollten weniger streiten und also mehr Lösungen finden und nicht seitdem, wie zum Beispiel in der letzten SPÖ, wo angeblich viele Leerstellen da sein sollten, aber keine da waren. Ja, ich denke, dass endlich einmal Zeit wäre, dass diese beiden Regierungen, also die beiden Parteien miteinander endlich einmal regieren und was tun. Und nicht immer auf die eigenen Sachen schauen und auf die eigene Partei in den Vordergrund, sondern sie sagen immer, das Volk ist wichtig und das sollen sie einmal zeigen, ob sie es ernst meinen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.